Hey Leute! Willkommen bei RayHawkeyLP. Heute einmal Breaks the Meta. Und wir starten heute ne neue Meta und zwar... Halt die Fräse. Auf jeden Fall heute den Blizzbrank als ADC. Und wir spielen gegen Vayne, also ich hab gewonnen. Ihr kennt mich bestimmt, ich bin's, der Kimimoto. Wir haben hier den Sion. Das ist der Abuser. In der Mitte, als RP. Den Mechakor 6 als Drangle. Als Nunu. Und ne Eta Flügel Kayle. Kayle spielt er grad als First Game und er hat fucking den Legendary Skin. Was ist Broke mit ihm? Ja. Verriss dich mal jetzt hier. Geh an dein PC. Bitte. Du bist betrunken, geh nach oben. Geh in dein Zimmer, du bist betrunken. So. Hallo, herzlich willkommen bei... Janosch, du bist nicht ganz so leicht. Ich weiß. Man hört dich wahrscheinlich auch nicht reden, weil das hättest du hier hinten ist. Ja, das könnte sein. Ja, wunderschön guten Tag. Ich übernehme euch wieder spielen für den Kimimoto. Geh, bitte runter. Ich kann nicht, ich bin eingekleert. Lennart, geh an dein PC. Alter. Mega. So. Hallo und herzlich willkommen bei... Let's LoL, Troll the Meta. Und das ist inzwischen Part 4. Ich nehme immer ein bisschen auf Reserve auf. Aber ich habe schon Part 1 oben gehabt und ihr habt gesagt, das ist geklaut von Joel Wolf. Stimmt, weil Joel Wolf, das war der allererste Mensch in LoL, der Antimeter gespielt hat. Und er ist auch der einzige Mensch auf der Welt, der das Recht hat, seine Videos mit Antimeter auf YouTube hochzuladen. Das ist eine Lüge. Das war Robby. Aha. Du spielst übrigens mit, Lennart. Kannst du mal rüber gehen? Hä? Du hast ja nicht gespielt. Ja, ihr meint zu mir mal, ich soll betrunken ein Game aufnehmen. Ich bin jetzt nicht mehr so betrunken eigentlich, aber... Exo, kannst du mich mal? Also früher hat das mal mehr gebrannt. Na, hier auch immer. Willkommen in den Fluss der Beschwörer. So. Ähm. Ich gebe mir erst mal zwei Heldige und... Ja, ich bin gerade bei Fresse Dustin, den man hier sehen kann. Das Problem ist leider, dass ich die Aufnahmen jetzt selbst nicht sehe, weil ich keine zwei Bildschirme habe. Hallo Leon. Moin. Willst du mir einen Kuss geben? Ja. Und... Nun ja, ähm... Machen das mal runter hier. 30 Sekunden! 30 Sekunden! 30 Sekunden! Bist du wahrscheinlich verseilen! Was ist denn du denn? So, äh... Das ist auf Deutsch. Das ist viel einfacher so. Ich glaube, ich stimme jetzt auch auf Deutsch. Oh, Alter. Ja, und, äh... Ich habe das extra so gemacht, dass man mich hoffentlich jetzt ein bisschen an der Seite sieht. Dass man Dark Etrius, den man auch Philipp nennt, dass man den im Hintergrund Tony Hawk Shred spielen kann. Oh... Oh... Nimm deinen Whisky! Okay. Den Whisky trinke ich nicht. Ja, ich schau nicht. Janosch! Hör doch auf! So und nochmal um auf Solwolf zurückzukommen. Ich wollte mein... Ich bin selbst auf den Namen Break the Meter gekommen, also habe ich das bei YouTube eingegeben und habe dann den Typen gefunden, vorher kannte ich den nicht und dachte so okay, der nennt das so, dann kann ich das nicht auch so nennen, aber dann wollte ich sowas wie Kimimoto's Meter, aber das klingt dann irgendwie ein bisschen sehr fleurig, also habe ich einfach Troll the Meter, weil ich Meter eigentlich immer noch scheiße finde und die ist nicht anders verdient als getrollt zu werden und darum habe ich das so genannt. Wenn ihr mich dafür blämen wollt, ist das in Ordnung eigentlich, denn, wenn ihr sowas sagt wie das gab schon, dann dürfte ich nicht mal Let's Plays machen, dann dürfte ich auch keine geile... Oh, ich boxe dich um, du Schlampe! Aber ich lache... Oh, Lennart! Oh, Lennart! Und jetzt Scrap! Get out of mana, der ist out of mana! Mein LOL ist auf Deutsch. Versteh dich nicht. Auf Englisch? Wer ist euer... Ne, auf Englisch ist es... Who's your summoner? And what does he do? Und auf Deutsch? Wer ist euer Beschwörer? Was macht er? Und was hat Kai damit zu tun? Ein Gegner wurde getötet. Ein Verlündeter wurde getötet. Wer ist euer Beschwörer? Und was macht er? Ich muss back, Alter. Wenn du pinkst, dass du dahin gehst. Cosix ist unterwegs! Ich hab kein Trinket. Kostenlos, das kaufe ich mir. Was soll ich nicht sein? Könnt ihr mal auf ihn zu feeden, Alter. Okay, wir haben eine AD-Carry-Bildscrank. Komm, grab, 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 grab. Grab ab, oder? Scheiße. Ich bin gut, also das Opfer ist gekennzeichnet. Unfair. Wow, der hat mein Schild ausgelöst. Ich hab voll die Mana kosten. Was wird der Getauer, was? Er wird Geturmtaucht. Mein Game ist auf LOL. Soll ich mein ES-Fall hochskillen? Das brauch ich nicht. Aber es kostet Leben. Ach so, ich dachte so lastet es, man. Ich hab mich in die Flam. Haha, ich hab mich weg. Ja, ich hab mich mal. Das ist mir Typ, ich hab mich忘tat aus 싫issen. Ich hab mich dann geschafft. Und ich hab mich is mit einem Spiel. Dass ich meinilyen Ausflung an.' Ja, zumuktive ich einfach bin. Uhm. Sieh're fähig. Fünffach-Tötung! Er ist auf der Schwirmer. Und was macht ihr? Muss back! Ab auf meine Angst! Push your Samana! Schreit immer nicht so rum hier. Wer ist euer Beschwörer? Und was macht ihr? LOL An was hast du grad einen Move gemacht? Das macht gar keinen Sinn. Das macht doch gar keinen Sinn, euer Spiel! Oh, die Feeden so Botlane. So, ich spiel jetzt Ryan oder... ...Romeon? Nein, da hör ich mich an wie Romeo. Den Double Buff, ich geh wieder. Ich gank lieber erstmal meine... Oh yes! Sion ist unterwegs! Oh, die Feeden so... Was ist denn da los ey? Was soll ich mit meiner Ulti? Die bringt ja gar nichts. Nein! Komm doch! Arschlobball! Komm doch! Der Gegner hat eine Tome zu schütteln! Hehehehe! Der Gegner hat eine Tome zu schütteln! Der Gegner hat eine Tome zu schütteln! Der Gegner hat eine Tome zu schütteln! Schnell! Neulige Nichtdragons, die sind so Bronx, Alter! Hör mich! Hehehe! Nur nur signalisiert verschwundene Gegner! Wo sind sie hin? Dein... Icklen... Und dann! Ich steu das für euch. Boat! Komm doch! Hurraaaaat! Boat! Na m! Poat! Boat! 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 Neun Minuten, zu viert in der Mitte. Kassiges Spiel, Alter. Try harder. Wow. Was macht meine Botlane eigentlich, Alter? Alter. Der Scheißbeschwörer ist der, dessen Name über den Champion steht. Gott. Was hab ich noch? Signalisiert, vorsichtig zu sein. Seid, bitte zum Hilfe. Das ist nett. Hör auf, du lastet. Wir können das Gang gar nicht verlieren, denn wir haben Kassiges. Zwei, fünf, der Wichser, Alter. Zwei, fünf, der Wichser, Alter. Äh, ich bin immer gefedert mit Blitzstrengths, egal wo ich hingehe. Alter. So. Wer ist euer Beschwörer? Ich komm gar nicht zu Geld. Was macht ihr? Schmördebröd. Der Team hat einen Turm zerstört. Ja, unser Toplane regelt das. Alter, hör doch auf, auf meiner Lane zu fahren. Verpiss dich. Ja, Mann. Ja, Mann. Ah, die wurden zurückgepinkt. Ich meine das, gut und ernst. Ein Fenster. Oh, wow. Mein Gott. Die hat 10-1. Don't drink and drive. Das hätt ich von dir am wenigsten erwartet, Philipp. Ich glaub, das geht nicht so gut, wenn alle Scheiße spielen. Ja. Ich stand, ich stand 2-0. Da kam die Botlane. Komm her, Schlampe. Äh. Ich glaube nicht. Toll. Wie viel Farmer hat Katast? 73. Scheiße. Ich signalisiere verschwundene Gegner. Passt auf, meine Freunde. Ich bin nicht mehr. Ich bin nicht mehr. Ich bin nicht mehr. Nein, da. Nein, 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 nein. Wo ist mein Team? Erstmal alle Pots reinballern, gucken was passiert. Hallo. Er hat den Scheiß blöd gemacht, schon. Warum haben die, warum, warum ist eigentlich eine Proxy-Vaintop? Versteh ich nicht. Oh, nee. Ich hänge im Kabel. Terminiert. Terminiert. Ein Gegner wurde geträgtet. Hahaha. Hahaha. Ein Gegner ist legendär. Hup auf meine Ox. bootleg zugefühle 12 1 länder du bist ein arsch hört er mich ich weiß das nicht ich mach die tutsche auf dem top und du bist okay ich mach die kaputt ich kann auch starten wenn es dann ist nur vegan ich werde das jetzt an kathrin anstun rein LOL Schauen wir mal Ich hatte meinen Stunt schon nicht mehr Ehhhhh Brauch ich sowas wie ein Nashor-Stooth? Nein Nein, Sion wird AP empfohlen Seine Ulti gibt ihm 50% Lifesteal und 50% Attack Speed Und ihm wird Ja, auf Stufe 3 gibt es 100 Aber dann wird ihn AP empfohlen, dass er lebt Engage Engage Let's try Yes Ich komm wieder ins Game Ok Ich nehm alles zurück Mal schon gesammt Mh hm Katharina Katharina Nö Nö Das ist schon die zweite, die ne vierfacht Tötung hat Ja, terminiert's Die ist die Karte eigentlich Ok So, jetzt habe ich erstmal hier Das eine Item Hallo Hallo Philipp Hi Was meinst du, was soll ich mir holen mit AP Sign? Ich glaube ich geh jetzt erstmal auf Lidschmein Nein, 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 nein Da burst ich doch gar nicht Alter, weißt du wieviel an Deck sind Damage der einhaut, wenn du jetzt hier noch mit AP Du machst, Alter Ja, das ist fucking broken Aber sonst haben wir ja kein Ach doch, wir haben sogar ein AP Jetzt Ja, wir haben ja noch Kale Ich weiß gar nicht, was hier los ist Kale? Ja, Topline Kale Oh, das ist Kale Ich weiß gar nicht, was da los Ich meine das Wut 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 Geber Und Geber Dealer Ich weiß nicht, was das x5 Wir sind Es Max Geber Wir sind Alter, aber ich brauch First Item Steff First Item 74 Niiiins Ja? Das... Wohl? Willst du mal sehen? Ich kann grad nicht. Ich spiel LOL. Toll, das ist nicht mehr. LOL. Ja, ich spiel LOL. Weißt du noch? Hm. Ich weiß es nicht. Mein ganzes Team ist gestoppt. Okay, man, Alter. NIE-MALS-A-F-GE-BEN. 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 LOL. NIE-MALS-A-F-GE-BEN. NIE-MALS-A-F-GE-BEN. NIE-MALS-A-F-GE-B-EN. NIE-MALS-A-F-GE-BEN. KOM! обсат Da. Get in! PUM! Ich glaube, die Leute wissen auch nicht ganz, was mit Troll over Meta gemeint ist. Es geht darum, dass ich jetzt nicht jedes Game-Lucian-AD-Carry zocke oder so ein Dreck. Wie oft seht ihr einen fucking AP-Sign in der Mitte? Also ich sehe das, ich plane nicht so oft. Katharina ist balanced. Nein. No chance, Alter, okay? Du hast noch deine Ulti, ja. Mach den Fass. Ihr macht das aber schön. Ich will das auch gleich noch zocken, Alter. Warum bist du auf einmal ein richtiger Mensch? Oh, lol. Seid nicht so verhofft. Bring it on. Komm. It stopped. Warte. Warte. Ja man, wir regeln. Ich spiel ja ohne Farbenblinde Modus, seh ich grad. Was ist, wenn ich Farbenblinde Abonnenten hab, die dann vielleicht diskriminiert? Was ist das für die Rangers, das ist eigentlich versägenlich. Ich werde verfolgt. Oh, ist das viel Geld, Alter. WUCHER! 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 Karin! Ich hab... Nein. Also, 7, 7, 8. Nice. Kill dead Katharina, kill dead Katharina, come on now. Kill dead Katharina, kill dead Katharina. Wow. Die hat... Ich kann so nicht spielen. Katharina ist so fucking OP. Lauf, mein, ich dachte, ich bleib stehen. Ganz ruhig. Guck mal, Penta. Guck mal, Penta. Guck mal, Penta. Guck mal. Guck mal für die Portion. Kannst du bitte einmal rüber gehen und Leonard sagen, dass er gut ist? Ja, besser ist, ey. Sein. Halt's Maul, Leonard. Wieso kann ich hier schon los sein? Echt was? Guck mal. Guck mal. Kha'Zix macht nicht weiter. Der hat, glaub ich, nicht mal einen Bootball gemacht. Oh, jetzt hat er ihn gemacht. Oh, er hat mit dem E reinspringen und... Er spielt viel zu defensiv für den Kha'Zix. Nein, guys. Guck mal. Oh, ich muss noch mal verkaufen. Oh, shit. Ich brauche ein Kast. Ich brauche ein Kast. Erstmal Gangway. Hallo. Fuck you. Ich verbaut er jetzt 800. Ich krieg ihn eh nicht. Schade. Fuck you. Wasch, bist du denn in der Türbe? Haha, ihr müsst zu fit kommen, mich zu töten? Was fällt euch an, easy kill zu machen? Wichser. Gods. Solche Leute, ne? Die kann man auch nicht hören. Die kann doch nicht sein. Typ.de. Was habe ich gedownload? Achja, OBS. Was? Dol... ...nexus... ...dot com... ...doll... ...nexus... ...dot com... ...noten... Wisstens... ...noten... 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 Was? Tja, mir lockt das nicht. Ja, Silber 1, genau. Silber! Da sind die Epic alle. Das ist eine Generation. Cool. Das ist ein Turmzustand. Kann ich da wohl nicht zusammen? Okay, bis zum nächsten Part. Wo ist denn der Ausknopf hier?